Sudala. Die zweite große Geschichte diese Woche ist der Release der Corona-Warn-App. Sie haben tatsächlich ihren Termin gehalten. Das Problem ist, wenn ich solche großen IT-Vorhaben sehe und ich würde das jetzt mal auch, wenn die App eigentlich klein ist, würde ich trotzdem sagen, es war ein großes IT-Unterfangen, weil das einfach vom Bund ausgehen musste. Und tatsächlich haben sie es geschafft, diese App zum angesagten Termin zu veröffentlichen, vermutlich, weil sie eine Woche vorher eingereicht und durchgewunken war. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, die App kommt, muss sie wahrscheinlich freigeschaltet gewesen sein von Apples Seite. Das war clever von denen, von wem auch immer, der das getan hat und das vorher eingereicht hat und dann einen Termin hatte, der kommuniziert werden konnte. Weil ansonsten bist du ja dem Bergwerk und dem App-Review ausgeliefert und dann kannst du ja nicht wissen, was passiert. Also ich glaube, da gab es schon eine Sondertür, oder? Wahrscheinlich, aber du kannst es halt nie wissen. Nee, da. Die App macht zu wenig und keine In-App-Purchase. Ja, wo ist Bezahl-Abo? Ja, genau. So innebezahlen von deinem Test oder sowas. Nee, und also mal, viele Seiten haben ja verschiedene, also Teilaspekte sind gut, Teilaspekte sind weniger gut. Aber man muss mal trotzdem festhalten, dass die Tatsache, dass Deutschland sich zum einen auf den technologisch sinnvolleren Weg begeben hat, weg von diesem zentralen PPT-System und zu dieser Entwicklung gegangen ist, die relativ komplett, nicht vollständig, aber relativ komplett Open Source ist und auf GitHub rumliegt. Und dass sie es in einer endlichen Zeit geschafft haben, abzuliefern zu hohen, aber immerhin überschaubaren Kosten und vergleichsweise okayen Kosten, damit hätte ich niemals nicht gerechnet, dass das passiert. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein großer Erfolg und der Beweis, dass wir selbst in Deutschland so ein IT-Projekt von großer Wichtigkeit zumindest stemmen können. Ich bin überrascht, dass es geklappt hat. Ja, also die, also ich meine, klar, SAP, die machen sowas, also die machen jetzt Großes auf der Praxis nicht zum ersten Mal, aber die Art und Weise, wie das passiert, ist erstaunlich. Habt ihr sie denn runtergeladen? Natürlich, natürlich. Und wie lieb's? War es aufregend? Nein, es war runterladen, fertig. Ich habe Fragen, wo ich hoffe, dass mir einer von euch diese beantworten kann, weil, ne, aber insgesamt die Situation. War anfangs unfindbar im Play Store, man musste den Link klicken, weil wenn du nach Corona-Warn-App gesucht hast, du alles gefunden und nicht diese App, aber da kann jetzt die App wahrscheinlich auch nichts dafür, aber das ging. Also, easy. Bei euch, Leo. Ja, das ist ja, das ist ja das Seltsame an dieser Art von App, dass die ja praktisch nichts Offensichtliches tut, also die, eigentlich lädst du die runter, öffnest sie einmal, startest im Moment ja dann den darunter liegenden Dienst und dann machst du eigentlich gar nichts mehr. Du kannst natürlich ab und zu mal öffnen und reinschauen, aber es hat relativ wenig Unterhaltungswert, das zu tun, ja, also und auch relativ wenig Informationswert, weil da kann ja im Moment nicht viel auftauchen. Und es scheinen ja, also ich weiß nicht, ob diese Liste mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, wie heißen die? Exposure-Checks. Nee, nee, ich meine die, die, ähm. Exposure-Checks. Äh, die Keys, die du hochlädst, Diagnostic-Keys waren die, glaube ich, die, die Diagnose, also im Moment, es gibt ja keine Liste von, immer, es scheint noch keine Liste mit infizierten Schlüssel, infizierten Schlüsseln zu geben. Genau, die Liste ist leer, das habe ich eben nochmal nachgeschaut. Ja, genau, und das heißt, die App macht im Moment einfach nichts, wenn man so will, also sie lädt natürlich versucht, diesen Server zu kontaktieren, irgendwie alle 24 Stunden und dann merkt sie, Liste ist leer und dann sagt sie, das ist natürlich auch ganz lustig und, äh, das ist sicher auch was, also ich meine, ich vermute, dass, da wurde auch intern schon sehr viel drüber diskutiert, vielleicht wurde es auch in der User Journey schon ausführlich beschrieben und ich habe es überlesen, ähm, das ist ja jetzt, die, die App zeigt dir ja an, also man hat ja, abgesehen davon, dass sie natürlich Statusinformationen gibt, ob eben, also zum Beispiel, wenn du Bluetooth ausgeschaltet hast, dann kommt natürlich der Hinweis, hey, schalt mal Bluetooth an, das funktioniert sonst nicht und, äh, ansonsten, sie zeigt dir halt an, ob der Dienst läuft, also irgendwie Risikoermittlung aktiv, denke ich, für vertretbare Beschreibung und dann nur, darunter ist dann ja der, 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 die eigentliche Anzeige und die ist halt, die ist halt grün und sagt niedriges Risiko und ich meine, hm, ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist es sinnvoll gewesen, das so zu machen, ich, 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 fand's eigentlich komisch, weil im Moment kann die App eigentlich nichts aussagen über dieses Risiko, das besteht, also ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, da, weil grün und niedriges Risiko wirkt erstaunlich positiv und ich weiß nicht, ob das der glorreichste Weg ist. Im Bezug darauf, was die App eben sehen kann und nachdem noch nichts los ist, kann die App nichts sehen, also ist das Risiko aus der App heraus gleich null, andererseits ist das Risiko, wenn du irgendwo in der Innenstadt rumgehst und jeden ableckst, relativ hoch. Und dabei singst. Ja. Und dann möglichst in kleine Hauseingänge reingehst oder so. Ja. Naja. Und das für 30 Minuten. Das schauen wir uns gleich noch an, wie dieser Risikowert zustande kommt, das ist auch interessant. Und Alex in Finnland, wie schaut's aus? Was sagt die App, wenn du die bei dir startest? Genau so. Also ich bin, bin genauso, ähm, ich kann euch was fragen mal dazu, weil, also auch niedriges Risiko, 4 von 14 Tagen aktiv, aktualisiert heute um 19 Uhr, bisher keine Risikobegegnung. Ähm, und die Risikoermittlung ist bei mir auch aktiv, ähm, wie schon die 4 von 14 Tagen sagt, aber wenn ich jetzt unter Privacy ist das und dann unter Health gehe, da steht ja Covid-19 Exposure Logging, ähm, diese Exposure Checks, ähm, da steht bei euch nichts, oder? Da steht nichts, weil es gibt ja nichts, es gibt keinen infizierten Schlüssel, das heißt, die kann gegen nichts prüfen. Ja. Also die muss das System gar nicht fragen, weil es gibt ja nichts, wogegen geprüft werden kann. Deswegen fragt es auch nicht nach. Ähm, es ist natürlich, wenn man dort nachschaut, erstmal verwirrend. Wieso passiert denn da nichts? Ist die App kaputt? Nein, also, oder vielleicht hat's, also ich hab's nicht wirklich verwirrt, aber in der Beta-Zeit standen da halt ein paar Checks. Und, ähm... Weil du ausländische Apps hattest aus Italien und aus, äh, sonst wo, wo schon infizierte Schlüssel rumgelaufen sind. Also bei mir zumindest. Okay, das kann sein, ja. Und, ähm, außerdem hatten sie in der Beta-Phase, also die Deutsche hatte ja keine öffentliche Beta-Phase, aber in der Beta-Phase hatten sie einen Server, der hat jeden Tag, glaube ich, tausend infizierte Schlüssel generiert zum Testen. Und dann hat er natürlich da auch angefragt. Und die italienischen und die, die Schweizer App, die Schweizer App hatte sicherlich auch, ähm, Dummy-Infektionen in der Datenbank. Und deswegen haben die dort auch gegengecheckt. Ich hab jetzt bei mir, glaube ich, vier Checks drin von den ausländischen Apps, die halt da mal gegengecheckt haben. Genau, genau. Ich hatte drei irgendwie, ja. Ähm, nee, aber ansonsten, äh, funktioniert genauso. Also keinerlei weiteren Einschränkungen oder so. Ich hab, die Sprache passt sich an. Also Englisch-Deutsch ist ja vertreten. Das sieht man auch in den Einstellungen. Also, ähm, unter iOS können ja Apps, ähm, sich unabhängig die Sprache wählen vom Betriebssystem. Ähm, und das haben sie auch integriert, was, was nett ist, was modern ist, gut, also, äh, auf dem Stand der Technik. Ähm, und Englisch und Deutsch sind drin, das wäre natürlich, also, sicherlich eine logische Erweiterung, da auch andere Sprachen anzubieten. Ich meine, in Deutschland haben wir viele Sprachen, die man anbieten können, von Türkisch bis, äh, sicherlich, also, Spanisch und so weiter. Das ist, das ist sicherlich eine nächste, nächste Ausbaustufe. Was, was aufgefallen ist, den meisten Leuten, oder, oder einfach ein Thema in dieser Bubble war, in der wir uns alle bewegen, ist, dass es die App nur im deutschen App Store gibt. Und das ja durchaus berechtigt ist, äh, die einfach auch weltweit freizuschalten. Also, ich hab noch nicht gehört, dass das irgendwie, jetzt irgendwie ein Fehler war oder so, aber es ist, es wäre sinnvoll, das auf, äh, in die alle Stores einzustellen. Weil, egal, wo du deinen App Store hast, wenn du in Deutschland lebst, solltest du ja diese App verwenden können und dann ist es egal, wo dein App Store-Land ist. Ich glaube, das wurde, also, das wurde auch gefragt, wurde an Robert-Koch-Institut gefragt, wie sieht das denn aus und wieso ist das nicht? Und, ähm, das, die, die Antwort ist nicht befriedigend. Also, die sagen, ja, dann machen wir halt, demnächst machen wir dann auch Österreich, Italien rein, das sind die wichtigsten Länder, die hier reinreisen und vielleicht noch Tschechische Republik. Aber, nein, mach doch weltweit. Weil diese, das ist keine tatsächliche Hürde für Angreifer, sondern es wäre halt ein, ein Convenience für alle möglichen Leute, die hier ins Land rein und raus gehen. Die Frage ist natürlich, was, was ist, wenn du jetzt das Ding aufmachst und dann fangen halt irgendwie, weiß ich nicht, alle in Indien und China an, sich die App zu laden, weil so eine Corona-Warn-App, das klingt ja nach einer guten Idee. Ja, was, aber, aber es kostet ja auch irgendwie, also, ich meine, was, was hat das? Sie sehen die negative Konsequenz. Naja, was ist, wenn die Leute jetzt irgendwie anfangen zu submitten, dass sie, oder versuchen zu submitten, dass sie schrecklich krank sind oder, oder diese ganzen Phones laden sich dann jeden Tag die Infiziertenlisten runter, wenn dann plötzlich, und wir wissen ja, dass es, die Daten liegen bei der Telekom und bei der Telekom sind transferierte Daten sehr, sehr, sehr teuer. Also, ich habe ja mal, als ich einen, einen Business-Telekom-Anschluss mir geklickt habe, da war in dem Bestellformular, war so DSL und irgendwie willst du E-Mail-Service und willst du eine statische IP und da war so ein Checkbox für, das haben wir hier mal damals angeschaut, für, äh, Deutschland-Cloud von der Telekom und die, die, da kannst du so klicken, ich brauche einen Server und ich brauche einen CDN und so viel Traffic, da habe ich mal Bits und so Traffic eingetragen, da haben sie gesagt, dass sie, glaube ich, denn, alles von meinem Geld seit jemals, wollen sie bitte für jeden Monat haben. Ja. Es ist schon teuer, aber es ist für ein deutscher Server. Und, äh, auch sehr interessant, ähm, eigentlich, die Domain, auf dem das Ding läuft, die heißt, lass mal sehen, die Domain, auf dem das Ding läuft, heißt nämlich, ich habe das irgendwo hier, service90mainpxtonline.de. Ja, sehr gut. Nicht etwa t-systems oder t-irgendwas, sondern t-online.de. Also, im Grunde ist es, ist es nicht Robert-Koch-Institut, sondern Robert-T-Online-Institut. Absolut, absolut. Ist ja eigentlich, ja, eine, eine Corona-Warn-App pro Land. Und ich, äh, kann mir auch vorstellen, dass Apple da gesagt hat, ja, wir wollen dann eben diese Corona-Warn-App, die jetzt in Deutschland existiert, halt nicht in allen Stores sehen. Die soll, die hat nichts zu suchen im US-Store. Natürlich, also, hat das Konsequenzen und ich, äh, das ist nicht zur Verteidigung dieser Entscheidung gedacht, aber ich kann mir vorstellen, dass Apple da auch mit reingespielt hat in dieses, in diesen Punkt. Ich glaube nicht, weil die italienische eben auch weltweit, soweit ich das gesehen habe, verfügbar ist. Ja, okay. Ja, gut, dann ist das, dann ist das passiert. Immuni konnte ich laden, ja. Immuni ist nämlich relativ überall verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Ländern ist, die irgendwie seltsam sind, aber so im Großen und Ganzen. Ja, ja, okay. Ohne das spezifizieren. Ja, aber ich meine, wenn es also mehr als nur Italien verfügbar ist, dann ist es schon mal ein klares Zeichen, dass Apple dann unterm Strich wahrscheinlich doch wurscht ist, wo die überall angeboten wird. Das war eine deutsche Entscheidung. Da ist auch die entsprechende Kritik beim Robert Koch angekommen. Und da war eben die Reaktion, wir machen das dann mal in ein paar mehr Nachbarländern demnächst. Die andere Geschichte war so Altersfreigabe, ist halt jetzt in Deutschland auf 17 plus eingestellt, wegen häufigen, intensiven Sprechen über Gesundheitsdinge. Immuni ist auf 12 eingestellt, wegen ab und zu mal über Gesundheitsdinge sprechen. Ja, das ist halt, come on. Ja, das ist problematisch und hat halt auch Konsequenzen wegen Kindersicherung. Also, wenn du das auf einem Gerät deiner Kinder installieren willst, dann musst du halt die Altersbeschränkung aufheben. Also, beides geht halt einfach nicht. Kannst du es pro App freigeben, dass du sagst, die eine App ist okay? Nein, geht auch nicht. Nein, kannst du nicht. Da wäre ich als Kind aber sofort dabei, dass diese App geht. Ja, ja, die Kinder sehr gut hier, ich brauche Corona-Warn-App. Bitte runtersetzen. Ja, das ist sehr unglücklich. Also, es ist, ja, das, genau. Also, ich meine, in Deutschland ist halt, Apple bezieht sich da ja offensichtlich auch einfach nur auf Gesundheitsministerium. Und sie sagen halt, die Vorgabe, die Idee, die App ist halt ab 16. Und wenn du kleiner bist als 16, wenn du jünger bist als 16, brauchst du halt die Einwilligung deiner Eltern. Aber das ist halt, ich meine, Google Play ist halt einfach ab 0, was wahrscheinlich in dem Fall einfach sinnvoll gewesen wäre. Also, und bei Apple gibt es halt keinen, ab 16 gibt es halt im App Store nicht. Das heißt, deshalb ist sie ab 17. Das macht dann unterm Strich natürlich auch vielleicht keinen richtigen Unterschied mehr. Aber es ist halt einfach ärgerlich, weil es halt ganz praktische Auswirkungen auf iOS und die Kindersicherung hat. Und das nicht sinnvoll ist. So. Wohingegen, achso. Ja. Nee, wohingegen die Einschränkung, dass es nur bis iOS, bis das iPhone 6s und dem aktuellen Betriebssystem läuft, durchaus Sinn macht. Und irgendwo ist dieser Cut natürlich zu setzen. Ich habe heute nochmal gelesen, irgendwie Bitkom-Studie, irgendwie so 80% der Smartphone-Verkäufe waren irgendwie so in den letzten zwei Jahren. Also irgendwie, oder 80% der Leute, die ein Smartphone gekauft haben, die haben irgendwie in den letzten zwei Jahren gekauft. Und damit sollte auch irgendwie klar sein, dass die, dass es natürlich einen Unterschied macht, dass es nicht mehr auf iPhone 6 und so weiter und darunter läuft. Aber es auch keinen großen, einen super erheblichen Einfluss hat. Man kann sich immer wünschen, na klar, unterstützt alle Geräte bis zurück bis zum iPhone und iPhone 3GS oder was. Aber das ist natürlich auch unrealistisch. Und ich meine, Apple hat auch, glaube ich, also Apple wollte es natürlich auch nicht für iOS 12 irgendwie. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die Frage wirklich von Apple irgendwie noch bestimmt wurde, irgendwie in den APIs festgelegt wurde. Aber es ist der Cut-Off-Point und der ist auch, glaube ich, okay. Also ich habe an dem Tag des Launches, habe ich so ein bisschen Twitter auf diesen Hashtag Corona-Warn-App und den offiziellen Ich-App-Mit. Also die Agentur ist dann dazu übergegangen zu Ich-App-Mit. Okay, das ist jetzt nicht so wie unsere Abtraktion des Jahres. Ein Einspruch von der Agentur ist auch sowas wie, hilf uns irgendwie Corona zu besiegen. Also wer ist uns? Ist es die Regierung? Wieso soll ich der Regierung helfen? Das ist so ein bisschen komisch. Oder uns allen? Hilf uns allen zusammen, dass wir das besiegen? Das ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen komisch. Und Ich-App-Mit. Na gut, der führt halt auch dazu, dass der Hashtag Ich-App-Nicht-Mit auf Twitter irgendwie rumgeht. Und, aber gut, aber ich habe am ersten Tag. Echt? Ja, gut. Den kann ich noch nicht. Das ist ja natürlich. Und den will man auch nicht lesen, so unbedingt. Nee, nee. Der ist schön zum Filtern. Zwei Dinge, die den Leuten am ersten Tag zumindest Dauer aufgestoßen sind, was die Leute nicht verstehen konnten und ich teilweise auch nicht. Also das eine war eben, dass die Beschränkung auf iPhone 6s Plus und höher, sprich 13.5 und höher ist. Könnte man natürlich argumentieren, ist auch eine legitime Frage dann, wieso haben sie das denn nicht zu zum Beispiel iOS 12 zurückgeportet und dort reingeschmissen, dass die App eben auf iOS 12.8 und auf iOS 13.5 laufen würde. Aber das geht nicht, weil wenn es auf 12.8 laufen würde, dann müsste es auch auf 13.1 laufen. Und das tut es nicht. Also diese so lückenhefte API Support ist nicht richtig vorgesehen. Nee, das ist nicht gut, da hast du recht. Das hatte der Gernot noch angemerkt. Also das geht eher schlecht, auch wenn Apple durchaus die Zahlen hätte, um zu belegen, so wie viel iOS 11 und 12 Geräte laufen denn noch aktiv rum. Und da sagen die Leute auf Twitter, die sich darüber beschweren, ja, aber meine alten Geräte mit iOS 12, die sind bei meinen Eltern, die bräuchten es vielleicht noch mehr. Ja, das ist dann schlecht an der Stelle. Ja, weil ist es halt auch einfach. Also ich glaube, es ist ein legitimer Kritikpunkt. Also ich meine, auch wenn die Anzahl der Prozent, du kannst da jetzt irgendwie Prozentzahlen natürlich wälzen und die werden vermutlich relativ gering sein. Aber ich meine, dann unterm Schluss, unterm Strich sind es dann halt sehr viele, die übrig bleiben. Dann lass es halt eine Million Senioren sein, die halt mit dem iPhone 5s und mit dem iPhone 6 rumrennen. Wäre ganz gut, diese Millionen Senioren damit abzudecken. Also das ist ganz simpel, ja. Und plus Android-Seite, da ist ja auch irgendwo der Cut-Off, ich weiß nicht mal, Android 6 oder so. 5, 5. Also das wurde 5, also das ist natürlich auch irre eigentlich, weil wenn du da noch drunter bist, da hast du, glaube ich, ganz andere Probleme. Also das ist ja irgendwo, ist ja auch einfach schwierig. Natürlich muss es zwangsläufig irgendwo einen Cut geben, irgendwann wird es auch schwierig natürlich. Also auch was Bluetooth angeht und je nachdem, was die verbauten Chips angeht, die halt da vor, in Geräten von vor 8 Jahren drin steckten. Also mit denen willst du vielleicht auch keine allzu sinnvollen Messungen mehr machen und da auch im Hintergrund nicht die Schnittstelle die ganze Zeit hin und her funken lassen. Also da gibt es natürlich einen technischen, einen Berg an technischen Problemen und dann halt die Frage halt, wie sinnvoll ist das Ganze. Also ich denke schon, es wäre sinnvoll auf jeden Fall. Also ich würde es mir schon wünschen, aber ich sehe auch noch nicht genau, wie das zurück zu iOS 12, jetzt spezifisch iOS-Seite, wie das zu iOS 12 zurückkommen sollte. Aber ich denke, auch der Bedarf wäre da. Das Problem auf der Android-Seite ist ja dann tatsächlich nicht mal die Versionsnummer großartig. Also dass der Großteil der Leute größer als Android 6 ist, ist gegeben, denke ich. Das Problem ist vielmehr, dass es halt viele Android-Telefone gibt, wo keine Google-Play-Services drauf sind. Und dann hast du halt verloren, weil in den Google-Play-Services ist halt diese Exposure-Notification-Geschichte drin. Und wenn du die halt nicht hast, also es gibt halt viele Huawei-Geräte zum Beispiel, die haben das nicht. Oder es gibt auch Geräte, die haben keine aktuellen Google-Play-Services, weil die halt aus Quellen kommt und kriegen auch keine Updates. Dann hast du auch verloren. Es gibt keinen guten anderen Weg auf alte und Third-Party-Geräte, was der Großteil von Android-Geräten ist, irgendwie Code von Google und Updates drauf zu bekommen, außer über die Play-Services. Also war das wahrscheinlich auch der beste Weg, den wir zur Verfügung hatten. Absolut. Beim Android ist noch so der Punkt, und das war mir nicht klar, dass Android offensichtlich Bluetooth Low Energy und Location-Services aneinander knüpft. Das heißt, wenn du auf dem Android die Location-Services komplett abdrehst, dann geht auch der Bluetooth Low Energy und damit der Corona-Notification-Zeug aus. Und dann kommt eine Notification rein, so hey, wenn du Covid haben willst, musst du Location-Services anmachen. Das führt dazu, dass Leute das falsch verstehen, und das wird auch nicht richtig gut erklärt, wieso es so ist. Nee, überhaupt nicht. Dass also so, wenn du Location ganz abdrehst, dass er sagt, Covid ist jetzt aus. Genau, das ist saublöd. Also offensichtlich auf dem Android 11 Beta ist es nicht so, sondern da kommt einfach die Information, möchtest du dieses Covid-19-Exposure-Zeug, und dann sagst du ja, und da ist alles gut. Und es wird niemals nach Location gefragt an der Stelle. Ich hab's hier natürlich auf Location grundsätzlich an, aber das ist wahnsinnig unglücklich an der Stelle, dass du, also du wirst zum einen gefragt offensichtlich danach, in dem Moment, wo sie aus ist, was viele Leute haben, also viele Leute haben halt Location-Services einfach aus, viele Leute haben Bluetooth, keine Ahnung, ähm, ja, ja, nicht drüber nachdenken, und das ist halt aber einfach so. Also das haben die halt aus, und dann musst du es halt dafür einschalten, und natürlich gehen da die Alarmglocken an. Also gerade wenn, weißt du, wir haben die, wir haben die, irgendwie die, die, die Wahrnehmung, dass dich diese App ausspionieren will, und dann sagen alle, nee, die will dich nicht ausspionieren, die macht nur hier so anonyme Dinge, und dann startest du die App und sagst, ich brauche übrigens Location. Das ist schon ungünstig. Okay, das ist blöd. Du kannst natürlich, äh, könntest du Location systemweit einschalten, und Location für alle Apps deaktivieren, und dann würden die natürlich auch keine Location bekommen, aber es scheint so zu sein, als würden manche Leute eben Location grundsätzlich nur dann anschalten, wenn sie gerade eine Location brauchen, oder sie immer ausgeschaltet haben, unabhängig von Bluetooth. Weil natürlich ist Bluetooth Low Energy zum einen ein Dienst, über das du irgendwelche Pulsratensensoren und Oximeter und eine Smartwatch anbinden kannst, aber draußen in der freien Wildbahn wird es wohl tatsächlich auch sehr stark genutzt, um Mikrolocation in Geschäften und sowas zu erfassen. Und deswegen hat Google das in die Location-Berechtigung mit reingesteckt. Und es hat ja auch, außer mit dem Namen, nicht viel mit dem Bluetooth für Kopfhörer zu tun. Ja, also das ist so ein bisschen uneindeutig, und es beißt jetzt an der Stelle so ein bisschen den Eindruck, den manche Leute von der Corona-App haben könnten, weil eben Android nach Location-Berechtigung schreit. Ja, die Verknüpfung mit der Location-Berechtigung ist vielleicht gar nicht so falsch. Das ist doch so ähnlich wie, das kam ja auch mit iOS 13 neu, die Apps, die die SSIDs von deinen WLANs in der Umgebung abfragen wollen. Irgendeine Fritzbox-App ist doch da reingerannt. Die müssen jetzt auch Location-Zulassung haben, weil eben die Verknüpfung besteht, wenn halt die App deine SSIDs sehen und auslesen kann, weiß die App eigentlich auch ziemlich genau, wo du bist. Also das heißt, es ist eine sehr klare Ortskomponente in dem Funkzeug um dich herum drin. Deshalb ist natürlich die Verknüpfung aus Bluetooth LE und Location-Nachfrage nicht so falsch. Sie verwirrt nur natürlich in dem Kontext jetzt von einer Corona-Warn-App. Und diesem Konzept verwirrt das natürlich massiv. Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand ein Paket bekommen und hat diese Adress-Label auf dem Paket alle abgeklebt, schwarz durchgestrichen, damit hier keiner meine Adresse erfährt. Und dann zeigt er die Liste von seinen SSIDs. Ja, kann man machen. Kann man machen. Und dann hat man halt die Location. Genau. Und mit den Bluetooth-Beacons ist es ähnlich. Es gibt auch öffentliche Datenbanken im Netz. Mir entfällt der Name gerade, wie das Ding heißt. Aber da kannst du halt nach SSIDs und nach Bluetooth-Adressen suchen und dann siehst du die Location von den Dingern, wo Leute diese Daten gespendet haben. Eine andere Art von Datenspende. Nämlich die Verknüpfung von SSID zu Location. Ja. Das waren also zwei Hauptkritikpunkte, die ich auf Twitter jetzt aufgeschnappt habe. Und das kann man durchaus verstehen, dass das verwirrend ist mit dieser Android-Location-Berechtigung. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, wie sich die Verteilung von Android-Versionen, da gibt es ja auch so national verschiedene Dinge. Und es sind schon Android 11 und älter macht, glaube ich, über die Hälfte von den Geräten aus. Android 10 und älter macht die Hälfte von den Geräten aus. Und das sind viele, die dann diese Version von dieser Fehlermeldung gezeigt bekommen. Okay, gut. Jetzt haben sie aber schon angesagt nach ein paar Tagen. Am ersten Tag waren es sechs Millionen. Jetzt nach drei, vier Tagen sind es über zehn Millionen Downloads in Deutschland. Und das ist gefühlt, auch dass es nach dem ersten Tag nicht aufgehört hat, ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass das durchaus vorwärts geht. Und auch diese 60-Prozent-Rechnung, die wurde auch noch mal ein bisschen detaillierter gesagt. Also natürlich bringt jeder einzelne gefundene Fall was, weil da die Infektionskette gestoppt werden kann. Und mit den 60 oder 80 Prozent von installierten Geräten in der Bevölkerung könnte man halt nur mit der App, wenn die irgendwas tut, die Pandemie stoppen. Ja, ja. Theoretisch zumindest, ja. Ja, ja. Also als Hochrechnungsüberlegung. Ja, was faszinierende Hochrechnung ist, aber unklar. Ich finde diese 10-Millionen-Zahl, finde ich, auch ziemlich solide. Jetzt nach, sagen wir mal, einer halben Woche ist schon eine erstaunliche Zahl. Ich hätte da nie drauf gewettet. Also das ist, für mich ist es eine relativ beeindruckende Zahl. Ja, finde ich auch. Weil das ist ja, also, ich meine, das war schon in den Tagesthemen und in den Nachrichten und so weiter, war das schon vertreten. Und trotzdem, trotzdem ist es nochmal ein zweiter Schritt, ob die Leute dann wirklich das irgendwie wahrnehmen. Und das ist schon, das ist ja durchaus ein komplexes Thema. Also diese App irgendwie zu verstehen, beziehungsweise das Vertrauen dann auch irgendwie zu haben. Also 10 Minuten würde ich als vollen Erfolg verbuchen. Also Tagesschau, Eilmeldung, Corona-Warn-App veröffentlicht, klickst du drauf, kein Link. Ja gut, ja gut, okay, das, oh, don't get me started. Echt irgendwie so, oh, also Artikel, die nicht verlinken können und so, das ist ganz schlimm. Ich hatte ja auch gewettet, dass sie es nicht schaffen, die App zu veröffentlichen. Ich glaube, mein Wetteinsatz war so russische Limonade trinken, das mache ich dann jetzt mal. Zum Glück ist die Grüne weg, ich habe nur noch die Sowjet-Cola. Ich habe nochmal nachgeschaut, also Baikal ist so der sowjetische Versuch, Coca-Cola zu emulieren. Ja, das hat ja wahnsinnig gut geklappt, wirst du gleich sehen. Also es ist ähnlich wie Cola auch flüssig und süß. Ja. Ist es eine Strafe? Geht es eine Strafe durch, oder? Das ist sicher ein Element von Coca-Cola, ja. Es ist halt okay. Es geht, es ist so ein bisschen wie Aldi-Cola, aber anders. Vor allem, das Schöne an der ist, wenn du vorher die Grüne hattest, ist die halt fantastisch im Vergleich. So gesehen, ja, so gesehen. Die Grüne ist wirklich scheußlich. Also habe ich die Strafe schon vorher mit der Grünen gehabt, okay. Definitiv. Gut, aber es geht. Hatte jemand auf dem Zettel, dass der Traffic scheinbar frei zu sein scheint? Oder er ist frei, glaube ich, bei allen Deutschen viel großen. Ja, das ist natürlich, also Streamon für Corona. Ja. Hatte das jemand auf dem Zettel? Also ich habe es vorher nicht gehört. Das hatten sie vorher mal angesagt von Telekom-Seite aus, dass die anderen mitziehen, haben sie noch nicht gesagt. Das ist natürlich insofern spannend, als dass offensichtlich Telefoniker, die ansonsten keine Zero-Rating-Angebote haben, sehr wohl die Software auf den Routern haben, um das direkt mal anzuknipsen. Was jetzt auch nicht so erstaunlich. Nicht so erstaunlich, aber come on. Naja, da kann man ja auch noch andere Produkte draus schneidern. Ja, also Vodafone hat ja diverse solche Angebote mit Social Schmorschel und sie haben so einen Dienst, der in die Gigacubes in den Traffic eingreift und Video runterdrosselt und solche Sachen. Natürlich ist das in den ganzen Netzwerkequipment implementiert und auch Telefoniker hat da offensichtlich nicht lang suchen müssen, um die Option zu finden. Ja, es ist wie immer, ist es ja sehr schwierig, sich in diesem konkreten Fall darüber zu beschweren. Aber es ist... Ich mach's trotzdem. Ja, es ist aus Grundprinzip ist es einfach so falsch, wie es nur geht. Aber unterm Strich ist es natürlich sehr positiv. Für diesen Fall. Ja. In diesem Fall. In diesem Fall. So. Und für Basti zum Musikhören. Wenn du jetzt natürlich einen Weg findest, deinen ganzen Traffic über diesen T-Online-Server zu tun. Ja. Über den. Hm. Kann man da nicht irgendwie in dieses Repositorium, Pull Request da was denn? Könnte man versuchen. Ja. Aber das, äh, ja. Die 3T-Protokoll und einmal nach dem Apple-Google-Protokoll. Und da kannst du eben reinklicken, ähm, wie sich hier Bob und Alice unterwegs per Bluetooth begegnet sind. Und dann sagen wir zum Beispiel mal am 6.6. kommt um 0.10 Uhr der Bob bei der Alice vorbei. Und dann sehen sie sich für 10 Minuten und dann sagen wir hinzufügen. Und dann zeichnet also das Telefon von Alice hier diese Rolling Proximity-ID in der Datenbank auf dem Telefon auf. So. Weiter nichts passiert, als dass, äh, diese, äh, diese Daten dort übertragen wurden. Jetzt infiziert sich der Bob Tage später und sagt hier, ruft bei der Hotline an und meldet sich als infiziert, als öffentliche, zur öffentlichen Serverliste hinzufügen. Dann wird dieser Key mit 3.3 hier rübergeschoben auf die, auf die Liste mit den öffentlichen Infektionen. Ähm, und hier ist der, der Key vom 6.6. Und wenn jetzt die Alice diesen Key sieht auf dem Server und dann hier dagegen checkt und dagegen filtert, dann sehen wir, dass wir am 6.6. diese Rolling Proximity-ID gesehen haben. Und das ist das Einzige, was dort passiert. Ansonsten sind eben diese Werte komplett, äh, scheinbar zufällig und, ähm, Pseudonym eben nicht einer Person direkt zuzuordnen, sondern die rollen halt alle paar Minuten über und ändern sich dann. So. Ähm, ich wollte es auch sehen, weil... Ich hatte ja gesagt, ähm, schaut euch mal, schaut euch mal diese NRF-Connect-App an, diese Bluetooth-App, damit kann man diese IDs auf dem iPhone auch sich anzeigen. iOS 13.5 kann das nicht mehr. Und iOS 13.5 filtert das raus, bevor es die App erreicht, so wie das aussieht. Also du siehst auf dem iPhone nichts mehr von diesen Dingern. Weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, dass das da vom System vorher abgegriffen wird, weil du wolltest das ja vielleicht sehen können. Ich weiß nicht, das ist so intransparent, wo es nicht sein müsste. Ja. Aber so ist es jetzt. Also habe ich mir mal ein Raspberry gegriffen und habe dort was Kleines zusammengehackt, was einfach nur mal hier den Raspberry in den Scanning-Modus schaltet. Und dann alle Pakete, die mit diesem Prefix, mit diesen zwei Bytes von Corona-Contact-Tracing-Protokoll geprefixt sind, was mir die einfach ausgibt und mal aufschreibt. Und was ich jetzt gesehen habe, ist eben, ich habe, ich kenne ja die Anzahl meiner eigenen Geräte. Also ich kenne ja, erstens, ich kann ja selber nicht mal sehen, welche von diesen IDs, die da rumfliegen, von meinem Telefon kommen. Das kann ich mir zwar zusammenreimen anhand der Signalstärke, die ich auch sehe. Die, die, dass das nahe ist, ist wahrscheinlich mein eigenes. Und die, die weiter weg sind, sind von anderen Leuten. Das kann ich so weit mir zusammenreimen. Aber ansonsten sind die inhaltslos, diese Zufallszahlen, wie ich gesagt habe. Und ich kann halt auch sehen, dass offensichtlich eine ganze Menge von Leuten, auch im Laufe der Tage immer mehr und tagsüber mehr und nachts weniger, hier an meinem Haus vorbeilaufen. Teilweise ist das Sabasti, aber ich kann halt voll nicht sehen, ob Sabasti ist. Doch kannst du schon, also nachteilig zumindest. Guckst du in das Schwein und da liegt dann irgendein Bier oder irgendein hässliches Getränk drin. Ja, und das ist ganz interessant zu sehen, dass eben, wie weit der Bluetooth-Funk reicht und wie viele da so vorbeilaufen. Also das kann sehr wohl sein, dass das die Autos sind, die an der Straße vorbeifahren. Das kann sein, dass das die Nachbarn sind, die in ihren Häusern rumlaufen. Aber ich kann es nicht sagen. Also diese Daten sind komplett inhaltslos, außer dem Wert, wie viele pro Stunde sehe ich. Ja, und das war jetzt vor zwei Tagen, waren das so am Nachmittag 50 IDs pro Stunde, die ich sehe. Das sind entweder 50 verschiedene Leute, die vorbeilaufen, oder es sind ungefähr zwölf Leute, weil der Identifier alle Viertelstunde so rüberrollt, im Schnitt, die halt vorbeigelaufen sind. Und es ist alles komplett aussagelos. Ja, ich kann nicht sagen, wer ist das, wo geht der hin, wo kam der her, welches Telefon hat der. Ja, ich kann den ansonsten auch nicht nach seiner MAC-Adresse verfolgen, weil die MAC-Adresse mit rotiert. Es ist einfach vom Design her dieses Protokolls, es ist einfach sehr, sehr schön, weil du fast nichts damit anfangen kannst, außer den vorgesehenen Anwendungsfall zu machen. Nicht? Also es ist, die Daten, die da generiert werden, sind halt nicht, ich glaube, wirklich nicht nachverfolgbar. Ja, niemand trackt dich an deiner Bewegung, sondern es werden nur die Begegnungen getrackt, wenn sich eben zwei Geräte begegnen über eine gewisse Zeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, aber ich glaube, es ist auch schwierig zu verstehen, was das Ding wirklich tut, wenn du es nicht dir hier auf der Seite mal durchklickst und das Dokument gelesen hast. Und wie kommt man denn von diesem Schlüssel, von deinem täglichen Key auf diesen 10-Minuten-Key? Das kann ja normalerweise niemand verstehen, der das nicht. Ja, es ist schwierig, glaube ich, zu kapieren. Also, ich habe ein Video gesehen, das, glaube ich, sogar von der offiziellen Stelle ist, das ist so ein bisschen erklärt. Ich glaube, gut genug, dass es jeder raffen sollte. Es muss natürlich nicht jeder in der Tiefe verstehen, was du halt mitnehmen musst, ist, denn hier werden keine Bewegungsdaten aufgezeichnet, fertig, Punkt. So, jetzt haben wir diese ganzen Werte auf dem Telefon gespeichert. Auf dem Server existiert möglicherweise die Liste und dann muss ja, wenn Infektionen gemeldet werden, muss also dieser Schlüssel auf den Server, alle Telefone laden sich diese Liste von infizierten Schlüsseln runter und vergleichen ihre eigene Liste, die auf dem Telefon gespeichert ist, mit dieser Liste von infizierten IDs. Das macht nicht die App selber, sondern das macht das System. Das heißt, das ist genau dieser Exposure-Check, den du in den Einstellungen siehst. Die App gibt diese Liste ans System und das System überprüft, gibt es da Übereinstimmungen und dann wird eben ausgegeben, so ja, nein. Und der Risikowert jetzt. Der Risikowert, auch eine interessante Geschichte. Kannst du, weil das ein tolles Open-Source-Projekt ist, einfach auf der GitHub-Seite nachschauen, wie das hier ausgerechnet wird. Es gibt hier eine Reihe von Parametern, die die Nationale Gesundheitsbehörde, in unserem Fall hier das Roboter-Online-Institut für Virologie, festgelegt hat. Und du kannst dir hier anschauen, welche Werte hier drin stehen. Und das ist sehr interessant, weil hier steht im Grunde drin, wenn man das mal auseinanderklamüsern möchte, dass wir die App im Moment eigentlich komplett aufgedreht haben. Die läuft jetzt sozusagen im Testmodus. Wir gucken mal, was wir bei niedriger Zahl von Installationen auf Geräten, also jetzt haben wir 10 Millionen, wir haben keine 60 Millionen installierte Geräte. Wir gucken jetzt mal, was wir selbst mit der kleinen Anzahl von installierten Geräten überhaupt einfangen können. Also die ist jetzt relativ sperrangelweit aufgedreht. Die wird jetzt fast jeden Kontakt, der über 15 Minuten ist, egal wie weit weg, erstmal fast egal wie weit weg, hier steht nämlich eine Null drin, erstmal einfangen. Jetzt ist hier alles auf, die Infektionszeitpunkt ist erstmal wurscht, Duration ist alles über 15 Minuten und Signalstärke ist alles unter 73. Also das sind die Werte, die jetzt hier drin stehen. Falls es sich zeigt, dass die App zu viele Leute einfängt, die überhaupt dann hinterher nach dem Test, kannst du ja auch sehen, so Tests, die aus der App ausgelöst wurden, sind fast alle negativ. Dann kann das Institut diese Liste neu ausrechnen und da andere Werte reingeben, damit du eben auch einen Stellschlüssel hast, wie viele Tests werden gemacht, wie viele Leute werden notifiziert, wie viele Leute sind möglicherweise dann unnötigerweise zwei Wochen in Quarantäne. Und das ist sehr, sehr gut designt, finde ich, von Apple und Google, dass sie da dran gedacht haben. Ja. Und das ist auch, Feedback kam offensichtlich von den Entwicklern der deutschen App so, wir wollen auch Sachen so hier ausknipsen. Also sprich, machen wir da den Wert Null auch rein. Und dann haben wir jetzt den Wert Null hier drin, das Kampf von Feedback von den deutschen Entwicklern. Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr geschickt und schön gemacht. Und auch sehr, sehr gut, dass du das eben hier nachsehen kannst. Du kannst ja auch in die History von diesem File reinschauen und sehen, wie sie mit diesen Werten rumgespielt haben. Einfach sehr, sehr gut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr, sehr positiv von dem ganzen Ding, insgesamt von diesem ganzen Ding überrascht. Also wenn man sich dieses Git-Repo anguckt, ich meine, das haben die zwei Entwickler auch noch mal im Podcast bei Tim Birdlove gesagt, dass das halt das ist das Repo. Es gibt kein Geister-Repo, es ist internes und dann wird irgendwie der schöne Stand irgendwie rausgepusht, sondern das ist halt das Repo. Und das heißt, du findest da irgendwie die Iterationen, wie sie halt in das Git-Repo gepusht wurden, findest du da drin auch. Und das finde ich tatsächlich, ich finde das einfach sehr, sehr, sehr stark, dass das so gemacht wurde. Und ja, ich kann da eigentlich, da hätte ich niemals erwartet, dass sowas passiert. Und du kannst da plötzlich jetzt solche Dinge nachvollziehen und das ist schon der Hit. Ich fand es durchaus nett, dass sie, bei UKW war das ja die, ja im Moment aktuelle Folge, dass sie auch gesagt haben, sie waren selbst erstaunt, so mit dieser Vertragsbindung-Geschichte, dass es so schnell irgendwie ging. Es gab ja irgendwie okay und dann haben sie ja losgearbeitet und die Verträge wurden dann halt, weil es halt ganz praktisch ist, halt irgendwie im Laufe der Entwicklung schon dann irgendwie abgeschlossen, weil das bei so großen Unternehmen ja irgendwie Wochen, Monate war und so weiter. Also alles, was man sich so ein bisschen gewünscht hat, dass es schnell und unkompliziert einfach stattgefunden hat und dann Praxisnah, das ist schon gut. Ja, definitiv. Also und halt auf jeden Fall super, super überraschend. Da hätte ja jetzt auch niemand mit gerechnet, dass sowas tatsächlich dann in der Art und Weise passiert. Also das immer wieder Begeisterung. Ja, es ist ja, ich meine vor allem ist erstaunlich, dass Deutschland ja zu einem relativ frühen Zeitpunkt dann tatsächlich noch die Kurve bekommen hat, weil ich meine die Diskussion, die war ja schnell in vollem Gange und das erste Konzept, das zentral zu machen, wäre ja ein ganz anderer gewesen und mit auch ganz anderen Konsequenzen. Und jetzt im Moment sieht es ja so aus, dass sowieso einfach aus der Realität heraus, dass du unter iOS sowieso keine großen Optionen hast. Ich meine, darauf haben wir schon lange genug rumgeritten, dass jedes halbwegs vernünftige Land auf diese Schnittstelle umsetzt, weil es halt anders sowieso nicht funktioniert. Und Frankreich ist halt der große Ausreißer im Moment. Und ich weiß nicht, es ist halt für uns sehr ungünstig, weil Frankreich natürlich auch direkter Nachbar und beliebtes Urlaubsland. Und da ist sehr viel Austausch da mit Frankreich. Und das gerade dann, selbst wenn wir eines Tages dann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft an den Punkt angekommen sind, dass diese Apps in irgendeiner Form wirklich zumindest mal in Europa miteinander sprechen, sodass du halt, ja, dass deine Corona-Warn-App halt auch in Italien sinnvoll ist und auch in, ja, sonstigen europäischen Ländern rundherum sinnvoll ist, dann wäre es halt sehr, sehr, sehr ungünstig, wenn die ausgerechnet in Frankreich so überhaupt keinen Sinn hat. Ja. Das wird sich zeigen, wie lange sie brauchen, bis sie dann umschwenken. Ich glaube, das ist keine Frage von ob, sondern nur noch wann und wie lange brauchen sie dann dafür. Also, die Franzosen sind schon stur, was das vielleicht angeht. Ich weiß es nicht. Also, das ist relativ wild und ich bin mal gespannt, ob die, also, ja. Du weißt, wie das mit stur ist. Manchmal ist das sehr sinnvoll, stur zu sein. Manchmal ist es, ja, manchmal kann man sich halt, ja, genau, manchmal läufst du halt irgendwo gegen die Wand und nochmal gegen die Wand. So, ich habe mir nochmal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Wie haben sie denn, also, wie hat, wie ist die Außenwirkung von dem ganzen Projekt? Projekt, so zum einen in Richtung Entwicklergemeinde, zum anderen Richtung Presse, zum anderen Richtung Öffentlichkeit und das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Grundproblem, das ich so am Anfang damit hatte und auch die ganze Zeit über hatte, so ein bisschen, dass ich viel Kommunikation aus Richtung dieses App-Projekts gehört habe, die so nah dran, aber der, der da sitzt, der weiß schon nicht, wovon er redet. Zum Beispiel dieser Podcast von der Telekom, wo sie mit dem Herrn von SAP und der anderen Dame von der Telekom sprechen, der, der Moderator, der sagt halt in diesem Podcast unironisch solche Wörter wie aufschlauen. Schlauen Sie mich doch mal auf. Ah, das war wirklich ganz schlimm. Und das ist genau das Problem, dass das, was mir einfach so die Fingernägel umkrempelt, wo ich mir denke, so ernsthaft jetzt, ist das der beste Weg, dass du jetzt dieses Gespräch mit diesem Aufschlauen-Wort einsteigst. Ja, schwierig. Weil das spricht dafür, das haben wir auch gehört, dass wenn da jemand sagt, erschlau mich mal auf, dass er zwar in einer Führungsposition sitzt, ja, und eigentlich entscheiden müsste, aber nichts davon versteht, wovon er redet. Deswegen soll ihn jemand anders aufschlauen. Der Weg wäre eigentlich, dass er das selber eh schon weiß und dass er Aufschlauen allerhöchstens superironisch nutzt. Kennen Sie das auch, dass hier jemand aufschlauen möchte? Ja, also ich meine, manche Sachen sind halt einfach schlimm. Also deshalb war es auch, war es ja auch nett zu sehen, dass das in der UKW-Folge beim Pötlau so interessant und normal abgelaufen ist. Da sitzen endlich mal normale Leute, die normale Sachen sagen, die auch wissen, zum Beispiel der Herr Schäpp vom SAP, der in einem Telekom-Podcast saß, der hat zum Beispiel immer gesagt, dass die Kollegen die Codes auf GitHub hochladen. Komm, lad doch mal deine Codes auf GitHub. Ja, was er meinte, war wahrscheinlich Source-Code, aber er hat halt gesagt, Codes, also wenn jemand sagt, er hätte Codes auf GitHub hochgeladen, hat er wahrscheinlich noch nie selbst Codes auf GitHub hochgeladen. Oder vielleicht schon. Vielleicht. 75, 31. Und deswegen hatte ich da so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Dieser Podcast hatte ja den schönen Untertitel Der digitale Virus-Wachhund. Ja gut, ich meine, da war vielleicht dann auch einfach schon von Anfang an alles verloren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist furchtbar. Ja, es muss ja, es muss ja dann auch nicht, es muss ja nicht alles glücken und irgendwo müssen die, irgendwo müssen die Millionen ja hingehen. Also, ja, also. Vorsichtig, weil das ist durchaus ja echt, also das ist diese Punkt Öffentlichkeitswahrnehmung und so weiter und ich weiß nicht, ob ihr über die Preise sprechen wolltet, aber die, die da durchgereicht wurden, ich habe da eine relativ, relativ klare Meinung zu und die Meinung ist halt irgendwie, es ist egal, ob das ein paar Millionen mehr oder weniger gekostet hat und die, eine realistische Einstufung ist einfach, ist einfach nicht zu setzen hier, weil das ist, weil wir auch nicht in der Lage sind, das in eine Verhältnismäßigkeit zu setzen. Das ist nämlich immer das große Punkt, der große Punkt. Wenn es, wenn diese Art wirklich helfen sollte, irgendwas in puncto Pandemie einzudämmen, dann ist es ein sehr hoher finanzieller Gewinn auch, den sich dann die, die Bundesregierung dadurch spart. Das ist sicher wahr. Also wir brauchen keine absurden Vergleiche zu sehen, was irgendwie Straßenbau kostet und so weiter. Das ist sicherlich auch immer schwierig und Millionenbeträge klingen halt in der Vorstellung von Leuten immer sehr, sehr viel und so weiter und ich möchte gar nicht abstreiten, dass es auch sicherlich ein sehr teurer Auftragnehmer war, der da angeheuert wurde und da sind sicherlich auch ein paar überflüssige Tausende von Dollar in irgendwelche Geschichten geflossen, die man hätte vermeiden können. Ich glaube, unterm Strich ist es echt egal, wenn du, wenn du sagen kannst, das war ein erfolgreiches Projekt, das ist Open Source gelaufen, was einfach neu war, was sicherlich auch einfach ein Zeichen setzt für die zukünftigen Projekte, die so die Bundesregierung in Auftrag geben wird und deshalb allein schon viel Geld wert war. Jetzt sollen 3,5 noch 3,5 Millionen irgendwie in Werbung fließen, was ich, was ich für wichtig halte, weil das, so Dinge müssen halt auch beworben werden und daher, also ich bin immer sehr besorgt, wenn Leute so haltlos, so Millionenbeträge durch die Gegend geworfen werden, weil in diesem Fall war es ja wirklich so, das war ein Auftrag, der wurde erst mal sehr, sehr gut erfüllt und jetzt muss man natürlich abwarten, wie so die weitere Softwarepflege stattfindet und du kannst natürlich nach den Preisen fragen, aber die musst du auch in ein Verhältnis setzen und da wird es dann immer schon schwierig, wenn du damit anfängst dann. Das, was mir diese, diese schlechten Gefühle gegeben hat, waren halt so die, die öffentlichen Aussagen zum Beispiel vom Herrn Spahn, dass er sagt, diese, unsere deutsche App ist besonders gut, weil sie nicht mit deinem Musikhören auf deinem Bluetooth-Kopfhörer interferiert. Was? Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Na, aber ja, Moment mal, er hat aber recht. Also, ja, es hat nichts miteinander zu tun, aber die App, weißt du, du kannst es genauso gut sagen, Google Maps interferiert nicht mit deinem Bluetooth-Kopfhörer. Ist korrekt, aber warum sollte sie auch? Und genauso ist es bei der App, aber die Leute lesen halt Bluetooth und sagen, oh Gott, aber was ist mit meinen Kopfhörern? Wohingegen, ich habe die, die Kanzlerin hat, hat irgendwie drei Minuten, glaube ich, über die Corona abgesprochen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber ich habe den Clip auf YouTube gesehen und die waren zum Beispiel sehr, sehr gut. Also, die drei Minuten, so, hier, die Apps gibt es jetzt, die Apps gibt es jetzt, ihr könnt die mal runterladen, ist nicht verpflichtend, die funktioniert so und so. Das waren drei sehr, also, die Rede, die geschrieben wurde oder die sie geschrieben hat, die waren, die waren wirklich gut, muss ich sagen. Sie kann auch die Geschichte mit der Reproduktionszahl erklären, weil sie kann, ja, das ist gut. Sie kann rechnen, Wissenschaftlerin. Ja, das ist einfach gut. So, und, deswegen hatte ich so ein bisschen, ein bisschen schlechte Gefühle. Auch so der, der Weg, wie diese App ihren Weg zu SAP und Telekom gefunden hat, war mir anfangs nicht klar. Das wurde auch, glaube ich, bisher nicht kommuniziert. Es haben halt die beiden Entwickler beim Timmer zählt und die sagen halt, okay, wir haben selber schon an einer App gearbeitet nach dem PepPT-System und sind so draufgekommen, so, ne, ist gar nicht so geil, weil, ne, uncool und so und sind dann, ist dann SAP zur Bundesregierung gegangen, hat das gepitcht und nachdem die Bundesregierung die Kritik am PepPT gehört hat, aber keine Lösung hatte, haben sie eben das Zeug vom SAP genommen, was da entgegengestreckt wurde. Natürlich, das macht dann Sinn und dann macht natürlich auch Sinn, dass sie zur Telekom gehen, wenn die schon die Anbindung an die Laborsysteme dort haben mit ihrer Laborkloud. Dann nächstes Ding, was kam, war so, ja, aber wir haben diese Hotline, wo du den Hotline-Mitarbeiter, wenn du dich als infiziert melden möchtest und du hast keinen Test aus dem digitalen Laborsystem bekommen, dann musst du als Infizierter den Telekom-Hotline-Mitarbeiter bequatschen, dass er dir glaubt, dass du infiziert bist. Das hört sich auch viel schlimmer an, als es dann am Ende wahrscheinlich ist. Abwarten. Abwarten, ja, aber andererseits, es sind, wenn du, wenn du jetzt die Teletandern von der Hotline bekommst und die eingetragen hast, es kann ja auch nur die Leute notifizieren, denen du tatsächlich begegnet bist. Ja. Ja, sie haben auch eine zusätzliche Einschränkung eingestellt, was auch in den ursprünglichen Artikeln nicht drin stand, dass sie das dann sehr wohl an eine SMS binden, die du bekommst. Dann ist es nämlich an deine Telefonnummer gebunden. Damit hast du diese Anonymisierung an der einen Stelle zwar, die De-Anonymisierung zwar drin über deine Telefonnummer, andererseits ist das aber über die Teletand wieder entkoppelt. Das heißt, sie wissen, du bist infiziert gemeldet. Da steht auch sowieso deine Name und deine Adresse auf dem Brief drauf. Aber sie haben den Kontakt zu deiner App und die Teletand ist entkoppelt. Sie wissen, sie geben eine Teletand an dich raus, aber in welches Telefon die dann getippt wird, das haben sie nicht. Da greift wieder das clever designte System. Und insofern ist das gar nicht so schlecht, weil sie jetzt für den Anfang zumindest einen Weg brauchen, auch die Tests auszuwerten, die nicht aus den Labor-Cloud-Laboren kommen. Aber nachdem die Bundesregierung jetzt das Geld reingesteckt hat und das Digitale, die Labor-Cloud an die Labore drangehängt hat, haben sie jetzt eben auch einen Hebel, die restlichen verbleibenden Labore, die nicht digitalisiert sind, mal anzutreiben. So, ey Freunde, mach das mal und zwar plötzlich. Danke. Und das läuft dann schon. Das ist schon okay. Es hört sich, das Problem ist mit dieser unvollständigen oder unvertrauenswürdigen Kommunikation, die da vom Minister kommt oder die vom aufgeschlauten Manager kommt, dass ich dem Quatsch dann nicht glauben kann. Ja, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, weil ich weiß, der hat sich durch diese aufschlauen Geschichte, hat er sich bei mir schon für dieses Gespräch disqualifiziert. Durch die Codes hochladen auf GitHub ist das so, kann man da nicht jemanden hinsetzen, der das versteht. Wenn du den beiden Entwicklern beim Tim zuhörst, ist alles gut. Ja, das ist, die hätten aber es richtet sich natürlich auch an unterschiedliches Publikum, oder? Also ich denke, das ist ja auch okay, dass da verschiedene, ein verschieden, vorbereitetes Publikum anders angesprochen wird, ist ja durchaus legitim. Ich bin jetzt sehr gespannt, außer diesen Hashtags, hat man denn von der Werbekampagne schon irgendwas oder an mir ist es völlig vorbeigegangen, wenn es davon schon irgendwas zu sehen gab. Es gibt, es gibt vom Hirschen, gibt es so ein Paket von Grafiken, die du runterladen kannst, die du verwenden kannst. Da ist halt irgendwie jeweils ein, das ist so Presseagentur, ist halt so ein RGB und ein CMYK von den ganzen Logos und dem ganzen Quatsch, was du haben kannst. Und dann sind halt da verschiedene Sprüche, so hilf uns zu helfen und ich ab mit und drei, vier verschiedene Sprüche. Also es ist nichts Besonderes. Diese Sprüche allein, die erklären ja nichts und sagen ja relativ wenig auch aus, oder? Nee, tun sie nicht. Ich finde die beste Erklärung, die ich jetzt irgendwo gesehen habe, so im Consumer-Bereich quasi, ist tatsächlich so ein halber Absatz auf dem App Store Feature. Da wird nämlich genau erklärt, was da gesendet wird und was nicht, nämlich Zufallszahlen und wenn du ein Match gibst, dann wirst du informiert und sonst nichts. Und das ist einfach ein sehr kurzer, klarer Satz, leider in der deutschen Version mit einem Typo drin, aber ist egal. Es gab da noch so Nebenschauplätze, zum Beispiel der TÜV hat mal ein bisschen geprüft, der TÜV-IT. So bisherige Erfahrungen, wenn der TÜV, der IT-TÜV gesagt hat, hier Plakette drauf, diese Software ist gut, hat das meistens bedeutet, dass die Software in Kürze danach umgefallen ist. Und deswegen ist auch so, wenn der TÜV-IT irgendwas sagt, dann sind da bei mir schon so sehr viele Warnzeichen hochgeklappt, weil ich meine, ich habe auch oft für ein Auto TÜV bekommen, wo ich keinen TÜV mehr hätte bekommen dürfen. Das ist der Grund für Dankbarkeit. Hoffentlich, aber auch andere Leute, die das testen. Aber weißt du, das ist so der Schorsch, der halt normalerweise im Auspuff schraubt, der dann so, ja, du, das ist ja die App, gell, die schaut schon ganz okay, aus, die ist da grün bei mir, passt, und dann kommt er, macht so eine Aufkleber auf sein Display. Das ist ähnlich wie im App Store. Wir müssen immer versuchen, den nächsten Prüfer dann zu bekommen. Ja. Genau. Und das ist, die hatten dann da was zu bemängeln, aber das ist auch gar nicht sehr stark. Und dann ist das Robert-Koch-Institut zum GES gegangen und gesagt, ja, ja. Weißt du. Genau. Also, das, insgesamt würde ich sagen, ich habe mir auch den Code von der App und von dem Server nochmal angeschaut. Insgesamt glaube ich schon, dass man dem so ein bisschen ansehen kann, dass das von einer großen Organisation gestrickt worden ist, die da wahrscheinlich mit, weiß nicht, mit Hunderten von Entwicklern dran gesessen sind. Ich weiß nicht, sie haben nicht genau gesagt, wie viele, aber doch schon eher mehr, mehr als die 30, die in der Schweiz gesessen sind und mehr als das kleine Team aus Italien. Ich meine, das kleine Team aus Italien hat den Job gratis gemacht. Das ist irgendeine mittelgroße Agentur, die hat halt angeboten, wir machen das gratis und dann hat das italienische Gesundheitsministerium diesen Auftrag an diese Agentur vergeben und die haben das gemacht. Das war auch soweit, glaube ich, ist okay. Jetzt haben sie halt in Deutschland an die große Firma vergeben und die haben das auch okay gelöst. Ich finde, an vielen Stellen ist es so, wenn es da zwei Wege gäbe, so kompliziert und einfach, dann haben sie den komplizierten Weg gewählt, aber am Schluss ist das dann auch wurscht, weil sie haben es tatsächlich in der relativ okayen Zeit von sieben Wochen geschafft. Sie sagen in dem Podcast, die beiden Entwickler, der Vertrag alleine hat vier Wochen gedauert. Das ist schon echt crazy. Und vier Wochen Vertrag mit SAP schließen ist schon die schnelle Version. Also insofern ist das viel, viel besser gelaufen, als ich befürchtet hatte. Und dann sind auch diese, was auch immer, ein paar Millionen Euro völlig wurschtbanane. Das merkt auch SAP und Telekom merken nicht, wenn da ein paar Millionen mehr oder weniger reinfallen. Es ist wirklich wurscht. Was man nochmal überlegen könnte, ist so, wie ist das mit dieser, mit dem Hotline-Betrieb, weil jetzt nach einer Woche sind genau null Infektionen gemeldet. Ist die Hotline mit diesen auch hunderten Mitarbeitern jetzt bewegungslos da gesessen oder was ist da passiert? Naja, ich meine, es gibt ja auch irgendwie zwei verschiedene Hotlines, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es zum einen Leute gibt, die halt da aus irgendwelchen sonstigen Gründen anrufen und Leute, die halt anrufen und sagen, hey, pass mal auf, ich starte diese App und das Ding sagt, cannot connect Google API. Was mache ich denn jetzt? Und dann liest der halt irgendeinen FAQ-Text vor. Also die werden schon was zu tun haben. Möglicherweise Hauptding zu tun ist, da sind sie bei mir falsch, ich stelle sie mal durch. Aber die, 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 wahrscheinlich ist, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da halt jetzt Leute anrufen, die sagen, ja, ich habe da einen Kratzen im Hals, was mache ich denn jetzt? Ja, da wird jetzt auch Leute anrufen, die sagen, meine Kratze ist auf dem Baum. Also ich meine, das ist glaube ich bei solchen Hotlines, ist da, ist da wahrscheinlich ziemlich viel zu holen an Unterschieden und wahrscheinlich halt die Basisfragen, warum kann ich es auf meinem iPhone 6 halt nicht installieren, solches Zeug. Also, ja. Und wahrscheinlich die Leute, die halt dann sagen, ihr wollt mich ausspionieren. Das kannst du denen ja auch erklären, so, nee, weil hier so und so, da haben sie sich einen Text vorgefertigt, der das dann hoffentlich sinnvoll erklärt. Ja, im Zweifel hilft es nichts, aber klar, also das werden die sicher tun. Also diese Frage, das ist jetzt nichts, wo sie am ersten Tag aufgemacht haben und danach gesagt haben, wir sollten uns eine Antwort auf diese Frage ausdenken, sondern das steht vorher in so einem Skript drin. Okay, da ruft einer an, der hat diesen Einwand, bitte antworten Sie mit folgendem Textbaustein. Und da wird es eben auch einen Fragenkatalog geben für die nicht-digitalen Tests, wo dann drin steht so, wie du das dem beweisen musst, dass du eben den Test bekommen hast und dann kriegst du das. Also ich glaube, es hat auf den ersten Blick und aus den Medienberichten, die ich gelesen habe, schlechter ausgesehen, als es tatsächlich war. Und das ist so, glaube ich, auch die Kraft des Podcasts. Da sitzen die beiden Kollegen beim Tim und erzählen das und es sind halt zweieinhalb Stunden und das ist aber auch das absolute Minimum, was du brauchst, um diesen Weg mal abzufrühstücken. Und die Zeit musst du dir halt auch nehmen, nehmen können, musst verstehen, was die beiden sagen, wovon die reden, was ist überhaupt dieser Docker und wo soll ich den hin tun? Und das ist halt schwierig ansonsten zu vermitteln und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass solche Kommunikation von solchen schwierigen, komplizierten technischen Sachverhalten irgendwo immer stecken bleibt und vereinfacht wird. Und dann sagt der Minister Quatsch, dann sagt der Manager Quatsch, dann schreibt das der Journalist vielleicht irgendwie halb inkorrekt auf, dann sagt der TÜV-IT-Typ, da muss aber noch irgendwie, das rostet die App von unten, das muss man jetzt irgendwie nochmal abspachen. Und dann ist halt möglicherweise, entsteht ein anderer Eindruck extern, als was eigentlich da passiert ist. Aber das ist ja auch alles jetzt soweit gelaufen. Es bietet natürlich die große, große Chance, dass alle Beteiligten da jetzt daraus gelernt haben und gesehen haben, hey, guck mal, wir können so ein IT-Projekt auf Bundesebene zügig zu einem okayen Preis durchziehen. Wir machen das Open Source, wir bekommen Feedback von Profis aus der Branche auf GitHub, wobei auch der Managertyp wieder erzählt hat, wir haben 65.000 Leute, die haben unseren Code analysiert. Das waren halt die Klicks auf dem GitHub. Ja, ja. Okay, okay. Ja, ich habe da auch ein Klicks. Ich habe es auch analysiert. Ja, okay. Ja. Das ist halt, das ist der Punkt, der mir so Schmerzen bereitet, ja, und bereitet hat. Und das ist natürlich auch das Klischee, was man von SAP und Telekom im Kopf hat. Also ich zumindest. Ja, dass das halt zu, zu, zu Blot führt. Und das war ja auch das erste Dokument, das 92% Bullshit-Dokument, war ja eben genau 92% Bullshit und halt kein Inhalt. Hätten sie das nur gleichzeitig mit dem ersten inhaltsvollen Dokument auf den Server gelegt, hätte ich nichts zu sagen gehabt, weil dann hätte ich das erste Ding ignorieren können. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, jetzt, jetzt an dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt angekommen sind, können wir echt sagen, es ist, ist auf jeden Fall, ist gut, dass das, dass es jetzt da ist, dass das, also das ist ja nicht abgeschlossen, aber dass es den ersten, ersten erfolgreichen Punkt erreicht hat und jetzt muss sich halt dieses ganze System an und für sich unter Beweis stellen und zeigen, was, was passiert, ob wir großartige, falsch, ja, falsche Positive sehen, positively negative und so weiter, ob wir, ja, also, was halt tatsächlich die Warnkapazitäten sind und, und wie, wie oft halt falsch angeschlagen wird und was dann, was halt die Konsequenzen aus all diesen Sachen sind, die werden wir ja erst in den nächsten Wochen dann sehen, wenn halt wirklich mal, wenn diese Liste sich tatsächlich füllen sollt, füllt, füllen wird, füllen sollte, ich meine, ist ja auch, diese Liste kann sich ja nur füllen, wenn Leute bereit sind, ihren Infektionsstatus zu teilen halt über dieses System, auch das ist ja nochmal eine zusätzliche Hürde, ich meine, die App runterzuladen und den Dienst zu starten, ist, ist ja ein Schritt, aber auch tatsächlich dann in dem Moment, in dem du eben dich testen lässt und dann auch nochmal sagst, ja, ich will das jetzt auch teilen und dann eben, also das sind ja alles nochmal Hürden, die durchgangen werden müssen und wo Leute bereit sein müssen und ja, ich weiß nicht, ob man sagen soll, die Verantwortung dafür übernehmen müssen, aber halt für ihre Handlung zumindest die Verantwortung übernehmen müssen, dass es sinnvoll wäre, natürlich nicht nur selbst sich dann zu Hause zu belassen oder möglichst ganz zu isolieren und aber eben natürlich auch andere zu wahren. Ja, dann das nächste Ding, was noch so ein bisschen offen ist oder war, ist halt, was machen wir mit den Nachbarländern, wenn da Grenzverkehr irgendwie passiert und zum einen sieht man, dass auf dem Server ist schon angelegt der Pfad von dem Ding, der heißt slash.de irgendwas, das ist halt jetzt, dort liegen dann die Daten für Deutschland, das sagen sie auch in dem Podcast, da ist mit Google Apple schon angedacht, dass man eben zusätzlich zu dem Bluetooth-Wert auch noch angibt, wo ist der gerade rumgesprungen, in welchem Land und dann kann hinterher angegeben werden, welche nationalen Server man abfragen muss, das heißt, wenn der User sagt, oder wenn das Telefon weiß, der User war anhand vom Mobilfunknetz irgendwie da und da, dann muss da eben auch noch die IDs von diesen Tagen von diesen anderen Servern runterladen, das ist alles schon vorgesehen, da fehlt aber noch die API von Google Apple. Das ist also auch alles denkbar und machbar und möglich und dann springt halt jetzt in nächster Nähe Neuer Frankreich aus der Reihe, UK ist auch traurig, weil zum einen haben die so einen zentralen Ansatz jetzt verfolgt, haben dort schon 100 Millionen Pfund reingebuttert und haben das jetzt zugemacht und haben gesagt, okay, wir streichen das alles 100 Millionen Pfund das Rohr runter und wir versuchen das jetzt nochmal mit dem Apple-Google-Ansatz, aber auch mit keinerlei Priorität, weil wenn das bis zum Winter da ist, dann reicht das schon auch. Andererseits ist auch sehr, sehr gut, die deutsche App ist jetzt unter Apache-Lizenz auf dem Server und jedes andere Land, das gerne möchte, kann sich jetzt diese App einfach nehmen, anpassen und selbst benutzen, weil die ist, wirkt relativ solide, da ist wenig, da ist, also da ist, an der App ist ja nichts dran, da ist weiterhin, da bleibe ich dabei, da ist einfach nichts eigentlich dran, was irgendwie besonders kompliziert wäre oder was irgendwie groß, auf nicht, auf andere Länder anwendbar wäre, alle Parameter lassen sich auf dem Server verdrehen und jedes andere Land, was jetzt keine eigene Entwicklung auf die Beine bekommt, kann sich einfach die deutsche App oder die italienische App völlig wurscht, einfach greifen und benutzen und dann haben wir das. Das ist schon tatsächlich ganz lässig. War die italienische auch Open Source? Mhm. Okay. Okay, ja. Ja, das ist echt einer der positivsten Aspekte, der so, also da rauskommt und mal gucken, dass er einfach eine Tradition findet und dann fortgeführt wird. Ja, du hast natürlich das Problem des Backends geht natürlich nicht verloren. Also das ist ja schon wirklich eine massive Komponente dieser ganzen Geschichte, die dann jedes Land natürlich auch selbst bis zu einem gewissen Grad stemmen musste, obwohl ich meine im Vorfeld, aber das wird natürlich, wurde wahrscheinlich ungern gesehen und wird in vielen Ländern wahrscheinlich ungern wahrgenommen, vor allem in Europa, ist, dass Apple und Google ja auch durchblicken haben lassen, dass die durchaus auch den Server dafür hinstellen könnten. Aber das wird, ja, das ist natürlich hier wahrscheinlich politisch schwer zu machen, dass du sagst, ja, dann schieben wir halt die Daten auf Google-Server. Ja. Dann brennt natürlich gleich, geht natürlich das große Drama los, obwohl es vermutlich nicht so verkehrt wäre. Naja, auf der anderen Seite, weißt du, wenn wir halt hier in Deutschland jemanden haben, also du kannst über die Telekom wirklich viele Sachen sagen. Ja, nee, die online, aber die können, also die können das halt. Das war jetzt auch. Und die haben halt Kisten, die irgendwo schlecht mit dem DZX-Gepiert in Deutschland stehen. Also von daher, kann man machen. Ich meine das jetzt auch gar nicht auf Deutschland gemünzt, sondern auf andere Länder, die vielleicht dann, wo auch noch nicht mal diese Basis, weil immerhin ja was, 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 was die Zahl irgendwie 20 Prozent der Labore dann digital angebunden sind und dann eben diese, diese Cloud Kommunikation, diese Verbindung zu der Telekom, also das Labor Cloud, ich meine, come on. wenn die schon besteht, aber das ist natürlich, und der Schritt, wenn wir jetzt wirklich aus diesen 20 Prozent der Labore halt im Laufe der nächsten Wochen und Monaten halt 80 Prozent, 90 Prozent, 100 Prozent der Labore machen, das hat ja noch mehr Konsequenzen als nur diesen Corona-Kram. Also wenn wir den vielleicht eines Tages mal los sein sollten, ist es ja vielleicht sinnvoll, dass diese Labore sowieso in der sinnvollen Form digital da angebunden sind und diese Laborergebnisse tatsächlich nicht einfach mehr per Brief und was weiß ich, wie die sonst per Fax an den Oberarzt zugestellt werden. Das ist ja wirklich absurd. Das ist eben auch, glaube ich, eine Chance, weil bisher jedes bundesweite IT-Projekt, was so dahergekommen ist, so vom E-Mail, E-Postbrief, Gesundheitskarte, der E-Perso, alles Dreck, alles Mist, alles kaputt, wird nicht angenommen, funktioniert nicht, ist unsicher, das besondere Anwaltspostfach ist einfach Quatsch, alles, was da angefasst wird, turns to shit, ja, und das ist jetzt, das ist jetzt die Chance. Dem Perso, muss ich nur herausstellen, oder? Also vorerst shit, mal schauen, ja, aber auch nur, weil wir jetzt die Geräte haben in jeder Hosentasche, damit hat bei der Einführung auch niemand gerechnet. Ja, ja, und ich glaube, das könnte eine Chance sein, dass jetzt da dieser, dieser Inception passiert ist beim einen oder anderen Minister, ach, guck mal, Ich muss kurz den Inception-Tone machen. Ja, dass da in diesem Open-Source-Zeug und in dieser offenen Entwicklung auch was liegen kann, dass frühzeitig, bevor sich da jemand verrennt und irgendwie Mist abliefert, dass da schon reingeschaut werden kann. Das Reinschauen erzeugt Vertrauen in das System und dann hast du vielleicht in Zukunft irgendwann mal nicht mehr solche Katastrophen wie so ein Dreck mit dem Mautsystem, dass halt irgendein korrupter Minister das an irgendeine Larifari-Bude vergibt. Ja, schwierig. Ich meine, was diesem Projekt wahrscheinlich einfach auch zugute kam und das kann man vielleicht dann auch, darf man nicht von der Hand streichen, also von der Hand weisen, wenn du überlegst halt, ob in Zukunft sich ähnliche Großprojekte ähnlich schnell und effizient umsetzen lassen, ist halt erstens, dass die Schnittstelle nun mal von zwei Monster-Konzernen da halt, also auch wenn die Schnittstelle von mir aus maßgeblich auf diesem TP3T-Projekt basierte, aber trotzdem von zwei massiven Konzernen dann halt umgesetzt wurde und dann die Basis bildet und du dann auf der anderen Seite natürlich in jedem Land einen Berg an wahrscheinlich recht motivierten Entwicklern hattest, so wie die zwei ja auch erzählt hatten, also ich meine, die ja selbst natürlich sich schon hingesetzt hatten und da Zeug mal hin und her geworfen haben und sich angeschaut haben, was da die Konzepte sind und auch also praktisch in ihrer eigenen Zeit auch, also einfach aus persönlichem Interesse, was da eigentlich gerade passiert und was möglich ist und was man da machen kann und was eine technische Umsetzung ist und das ist ja eine Basis natürlich für ein Projekt, wo du startest ja praktisch nicht mehr bei Null, sondern du startest schon an einem ganz anderen Punkt und kommst da natürlich viel schneller vielleicht voran, plus der drängliche, plus die wahrscheinlich unter der persönlichen Situation, in der wir halt alle jetzt waren und immer noch sind und in den letzten Wochen waren und die sich bis, ja, weiter erstreckt, dass das Ganze natürlich dringlicher macht als vielleicht irgendwelche anderen Großprojekte, die furchtbar langweilig sein würden. Ja, aber das, ja, also die Hoffnung ist zumindest ein bisschen entfacht bei mir, ja, weil, weil das, ich könnte jetzt kein anderes Projekt dieser, also von dieser Wichtigkeit, also das ist ja nochmal die andere Sache, wie funktioniert das überhaupt? Wissen wir nicht genau, ja, aber nachdem wir jetzt, nachdem wir jetzt diese Risikoparameter gesehen haben und ich hier von meinem Raspberry sehr gut diese IDs empfangen kann, das empfängt schon irgendwas. Die Werte müssen auch nicht so genau sein. Die können, die bilden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eine Signalstärke ab. Da gibt es dann die Kritik so, ja, aber die ist voll ungenau. Ja, ist wurscht. Who fucking cares? Ja, also, klar, wenn, wenn, wenn wir jetzt in zwei Büros oder, nein, in zwei Wohnungen sitzen, die voneinander abgeschlossen sind und trennt aber nur eine Riegebswand, dann, diese Riegebswand ist zwar sehr effektiv darin, ähm, meine Coronaviren, die ich raushuste, abzuhalten, aber die ist natürlich nicht effektiv darin, meinen Bluetooth abzuhalten, ist es aber auch nicht so richtig schlimm, weil, ne, worst case haben wir da ein false positive. Worst case haben wir ein false positive und wir haben die zusätzlichen Risikoparameter in dem Protokoll drin. Ohne diese Parameter wäre es eine andere Geschichte. Dann hätte ich nämlich hier jede Stunde 50 Leute, die mich hier, ähm, die ich hier sehen würde. Und das ist es halt nicht und das ist, das ist auch dem, also, wir hatten ja diesen Artikel gelesen aus der Schweiz, wie das zustande gekommen ist. Da haben sich nämlich, Entwicklerinnen in, äh, in der Schweiz hingesetzt und haben, wollten da was machen, haben sich damit an Apple gewendet und dann ging das dort los. Nicht dieser Tagesanzeiger, glaube ich, war das der Artikel. Ja, ja, ja. Der war ein interessanter Artikel. Kannst du nochmal ein bisschen zusammenfassen? Ähm, puh, ich kriege, ich habe schon Schwierigkeiten, das ist noch gar nicht so lang her, aber, ähm, da war es auch so, dass die im Prinzip, äh, ja, also relativ schnell gemerkt haben, äh, wenn man es halbwegs sinnvoll so umsetzen möchte, ja, dass die Nachverfolgungsmöglichkeiten maximal gering sind und der Aufwand, äh, für, ja, für ein Tracking praktisch massiv ist. Also wir hatten ja auch, es kam ja zwischendurch, kam ja diese Studie von TU Darmstadt und, weiß nicht, habe ich noch ein paar andere Universitäten auch beteiligt, ähm, dass du mit einem unfassbaren Aufwand, äh, mit, mit, äh, da natürlich irgendwie auch Angriffspunkte hast, das war ja auch vorher schon klar, die war ja jetzt vielleicht die erste Studie, die dann das mal versucht hat, in der Praxis umzusetzen, ähm, aber ne, die, die, die Basis, dass die, dass da von der, von der ETH in, in Lausanne, sitzt sie in Lausanne, ist das richtig? Ja, ich glaube schon, oder? ETH gibt es auch in Zürich. Gibt es auch einen in Zürich, äh, sonst schmeiße ich nämlich gerade was durcheinander. Ähm, ja, dass sich da, dass da auf jeden Fall sich auch im Vorfeld schon natürlich sehr genau Gedanken gemacht wurden, wie man das denn tatsächlich auf Protokollebene umsetzen könnte, dass, wie man das per Bluetooth halt umsetzen könnte und wie halt dieses Basisgerüst ist, das heißt, dass du halt die, die Schlüssel hast, die im Einzelnen, die sich halt einzeln durchrollen und dann jeweils das halt, ich weiß nicht, ob, ich glaube, das Basiskonzept war schon ziemlich ähnlich, äh, das jetzt letztendliche Konzept ist, also, dass du praktisch einen, obwohl da mit den Schlüsseln pro Tag und wann die angepasst werden, das hat ja auch Apple und Google im Verlauf der Schnittstelle ja nochmal angepasst, so im Lauf der, im Lauf der Vorbetas, ähm, bevor das Ganze dann in 13.5 kam, also da, ähm, ja, weiß ich nicht, aber es ist interessant, dass das halt dieses Basiskonzept und die Überlegung, dass halt eben der, nicht der Server sein darf, der halt zentral dann am Schluss all diese Daten von, also diese gesammelten, welches Bluetooth-Gerät hat mein Bluetooth-Gerät gesehen, diese Daten müssen einfach auf dem Gerät der Leute selbst verbleiben und dürfen eben in keinem Fall in irgendeiner Form zu dem Server zurückkommen, das heißt, das Einzige, was der Server sieht, ist, die sind eben diese Haupt, die Hauptschlüssel von den Leuten, die ihre Daten dann sagen, ich bin infiziert und in dem Moment ihren Schlüssel dann teilen und alles andere, alle anderen gesammelten Kontaktdaten einfach nur lokal sind und nach, ja, Tag X, 14 Tage ist jetzt bei uns, glaube ich, im Moment einfach vom Gerät gelöscht werden und dieses Basiskonzept dann, ähm, auch in Richtung Apple geschoben haben und da war ja, der war ja, das war ganz interessant, es war ja einfach zwei, drei Absätze da in dem, in dem Tagesanzeigerartikel drin, äh, dass Apple ja zu dem Zeitpunkt offensichtlich auch schon an einer eigenen App, also auch genau zu diesem Zweck gearbeitet hat, also auch Kontaktverfolgung und da auch noch irgendwie offensichtlich mit GPS gespielt hat, was ja nicht dumm ist basismäßig, weil du willst ja eigentlich natürlich, wenn du das, das Grundkonzept der Kontaktverfolgung hast, willst du ja natürlich den Standort eigentlich gerne wissen, an dem du dich infiziert hast, also das, das ist ja, äh, ist ja ein Punkt, also ich meine, wenn, wenn wir das perfekte Kontaktverfolgungswerkzeug schaffen wollen, dann wäre es natürlich viel besser, Standorttracking und alles in diese App einzubauen, am besten jeden persönlich auszugeben und so weiter, aber da wir natürlich genau das nicht wollen, weil du wirklich damit natürlich ein absolut perfides Überwachungswerkzeug am Schluss hast und selbst wenn du sagst, wir, wir leben in einem Land, in dem ich meiner Regierung vertraue und hier ist es okay, ist es halt vielleicht im Land nebenan halt schon nicht mehr so okay und im Land drei Länder weiter ist es vielleicht überhaupt nicht mehr okay, sondern hochgradig gefährlich, gefährlich, also das heißt, äh, in dem Fall, äh, bleibt halt nur noch dieses dezentrale System übrig und das, äh, das ist glaube ich auch Apple und Google relativ schnell klar gewesen, dass wenn, wenn sie das, wenn, wenn dieses System eben in die Betriebssysteme einhält, Einzug hält, was es ja jetzt schon getan hat und dann noch mehr tun wird, dann, ähm, dann muss das, kann, kann das nur einen Ansatz wählen, der halt maximal invasiv ist und das ist halt der jetzige. Ich habe noch ein bisschen in die, in die iOS App reingeschaut, die verschlüsselt lokal ihre Daten mit einem, äh, ProDevice Key, das heißt, du kannst die Daten von deiner Corona App nicht auf ein anderes Telefon umziehen, das ist nicht möglich und du kommst auch ohne Jailbreak nicht an diese Daten dran, also du müsstest schon diesen, ähm, diesen Schlüssel, äh, bekommen, den kriegst du so aus dem iPhone nur raus, wenn du gejailbreakt bist, habe ich jetzt nicht gemacht, aber das ist soweit auch nach, denke ich, äh, dem, dem Stand, wie das auf dem iOS korrekt gemacht wird, wird das gemacht und an die eigentlichen Schlüssel kommst du sowieso nicht dran, weil die im System verwaltet werden und nur beim, nur im System leben und da kommst du auch ohne den Jailbreak überhaupt nicht dran. Ähm, das ist, wie gesagt, besser gelaufen als erwartet und jetzt kann man halt mal gucken, ob die, wie die Downloadzahlen weitergehen, das haben sie jetzt täglich auf Twitter irgendwie angesagt, wie viele Downloads sie zusammengezählt haben, dann wird sich in Zukunft, ähm, mitlesen lassen in der API, wie viele infizierte Schlüssel laufen auf dem Server rum und dann kann man in weiterer Zukunft, falls da eine zweite Welle zum Beispiel angerollt kommt, was zum Beispiel in Berlin gerade so aussieht, ähm, und anderswo bei solchen Großausbrüchen, das, also Schlachtereien und solche Geschichten, das ist halt immer die Frage, die Mitarbeiter, die da drin sitzen, haben die überhaupt von der App mitbekommen und sowas, ne? Also das ist halt eine andere Frage, äh, sagt auch so der, äh, der Chef vom Berliner Gesundheitsamt so, das geht an der Realität vorbei, weil die Leute, die sich jetzt gerade massenhaft anstecken, die haben, hätten die App eh nicht, ja, und sprechen weder Deutsch noch Englisch noch Türkisch, ja, also solche Sachen ist, ich weiß gar nicht, wo jetzt so die theoretische, maximale Zahl von Installationen wäre, wenn du irgendwie die, 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 so die noch fehlende internationale Komponente rausziehst, wenn du die inkompatiblen Geräte rausziehst, was wäre denn das Maximum, was wir überhaupt erreichen könnten? Weiß ich nicht. Ja, das ist schwierig. Ich weiß es auch nicht. Sind das eher 30 oder 50 oder 80? Ja. Aber im Grunde spielt es ja keine Rolle, also, weißt du, mehr, mehr als keine ist halt besser als nix. Also, das muss man halt auch einfach mal sehen und wenn es jetzt bei den 10 Millionen bleibt, die wir jetzt haben, ist das okay. Also, ich weiß gar nicht, was der heutige Stand ist. Wahrscheinlich sind es mehr als 10. 10. Ja, gut. Dann ist es, dann ist es zwar nicht das, wo wir eigentlich hinwollten, aber das sind halt 10 Millionen mehr als niemand. Und das hilft schon mal ein bisschen. Du kannst ja dann so tracken, wie viele infizierte Schlüssel siehst du auf dem Server und wie verhält sich das im Verhältnis zu den ansonsten gemeldeten Testergebnissen. Ja. Ja, dann kannst du sehen, auch so, wie ist die Bereitschaft von den Leuten, die getestet werden, das dann auch in der App einzutragen und sich als infiziert zu markieren und dann eben, ja, die andere Frage ist, sieht man denn, nein, sieht man nicht, sieht man sieht nicht von, von, von der Seite, von, von Serverseite aus, sieht man ja nicht, wie viele Leute dann eine Warnung erhalten haben. Nee, natürlich nicht, weil das machen ja die Devices lokal. Machen die Geräte lokal. Das wäre natürlich aber auch interessant zu wissen. Das siehst du dann daran, wenn, wenn Leute einen Test machen und dann wieder mit einem aus der App ausgelösten Test beim, beim Labor aufschlagen, dann können die das natürlich auch sehen und ich hoffe auch, dass sie dann davon die Zahlen veröffentlichen, wie viele Tests ausgelöst aus der App dann beim Testlabor aufschlagen. Nun gut. Ich habe noch eine Frage, vielleicht hatte ich ja am Anfang mal gesagt, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Ich habe jetzt hier vier Smartphones liegen und, die ich für verschiedene, in verschiedenen Momenten benutze. Eigentlich ist es eine saudumme Idee, auf vier Smartphones diese App zu installieren, oder? Was mache ich denn dann jetzt sinnvollerweise? Also, du musst, du müsstest halt das Telefon dabei haben, mit dem du in der Tasche andere Leute infizierst. Das wäre das Wichtigste. Naja, schon, aber was ist jetzt, also, nehmen wir jetzt mal hier mein, das, jeder kennt das jetzt zu Genüge, das ist mein Thema, ich nehme das Pixel nicht mit zum Laufen und nehme stattdessen ein kleineres Telefon mit zum Laufen. Jetzt könnte ich natürlich auch beim, wenn ich beim, irgendwie draußen unterwegs bin und laufen gehe, aus irgendwelchen Gründen infiziert werden oder mich infizieren. Nein, infiziert werden oder jemanden infizieren und dann habe ich das Lauftelefon dabei. Sollte ich jetzt immer, sollte ich jetzt sagen, okay, ich mache mir die Warn-App nur auf das Lauftelefon und habe das immer dabei, weil das kleiner ist und zusätzlich zu meinem normalen oder wieder was oder das ist ja alles irgendwie ein bisschen doof. Das ist jetzt, glaube ich, Edge Case und es gibt noch mehr solche. Nee, weil Business Telefon und privates Telefon. Das ist ein Edge Case. Nee, das haben wirklich sehr, sehr viele Leute. Also der Vorteil ist vielleicht, dass momentan sehr, sehr viele Leute nicht rausgehen, also nicht so viel rausgehen und dann ist es egal, ob jetzt die zwei Telefone zu Hause liegen oder nicht. Aber hier, der, also ich kenne sehr viele Leute, die haben zwei Telefone. Aus genau diesem Grund. Hilf mir auf die Sprünge, wieso ist es eine blöde Idee, das einfach auf allen zu installieren? Weil, naja, wenn du dich jetzt, weißt du, wenn du, wenn du dich jetzt, ähm, du, ich gehe jetzt laufen, habe nur mein Lauftelefon, dabei infiziere mich dort. Ja. Also, oder ich, ähm, ich habe ja Kontakt mit jemandem, der infiziert ist. Ja. Und, äh, dann gehe ich nach Hause und dann kriege ich irgendwann die Information und gehe danach, bin nicht mehr laufen, gehe jetzt einkaufen, dann gehe ich am nächsten Tag noch irgendwie schnell zum, weiß ich nicht, in den Waschsalon. Ach so. Und dann kriege ich zwei Tage später die Information, äh, du hast dich infiziert. Ja. Jetzt kriegen, kriegen nur die Leute, die mein Lauftelefon gesehen haben, kriegen die Information, du hast dich infiziert. Ja, Also, vielleicht, vielleicht, äh, über, über den Schritt, dass meine, dass meine zwei Telefone zusammengelegen haben und die sich dann gegenseitig auch infiziert haben, kriegen das vielleicht nochmal irgendwann andere, aber nur, wenn ich positiv getestet wurde. Ja, dann schlage ich mich auf Timos Seite EdgeCase. Also, wir werden uns immer alle Telefone dabei haben. Ja, das, ich meine, bei Business und Privat ist es doch so, oder? das, das stelle ich mir zumindest so vor, dass wenn du da, ähm, Business-Technik unterwegs bist, hast du beide dabei und je nachdem. Privat aber halt nicht. Das ist eine andere. Weißt du, privat legst du dann halt dein Business-Telefon weg. Ja, also dann, dann machst du es halt aufs Private. Ja, Du kriegst die Notification auf das Telefon, was eine infizierte ID gesehen hat und dann kannst du, egal von welchem Telefon das kommt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, kannst du dich testen lassen und zu Hause bleiben. Und von welchem Telefon das kommt, ist erstmal wurscht. Dann machst du ein bisschen die Statistik kaputt, aber ansonsten ist es egal, glaube ich. Nee, es ist halt, also, wie gesagt, aus dem einen Grund natürlich nicht, weil die Leute, also angenommen, du wurdest positiv getestet, ähm, dann kriegen es halt die Leute nicht, im Zweifel nicht mit. Aber, aber gut. Aber das ist, ja, aber das ist, ja, aber dann, das ist der eine Fall, dass du positiv getestet bist, aber dass du erstmal, erster Schritt ist ja, du kriegst, du kriegst die Warnung von der App und von welchem Telefon du die Warnung kriegst, ist ja erstmal wurscht. Okay, ja, fair enough. Ja, wenn du tatsächlich dann selbst positiv getestet bist, musst du als Getesteter entscheiden, auf welchem Telefon du diese Tele dann eintippen möchtest, Business oder Privat. Mhm. Ja, und dann kannst du dir halt überlegen, das Privattelefon hatte ich eh nur zu Hause, habe ich eh noch meine Frau gesehen und dann gebe ich es vielleicht auf ein Business-Telefon ein. Okay. Zum Beispiel. Oder du sagst, deine Frau hat immer den Postboten gesehen und dann muss sie das auf ihrem Privattelefon eingeben oder so. Ich weiß es nicht, du kriegst halt nur eine Tele-Tan-Protest. Ja, ja, klar. Jeder nur ein Kreuz. Ich frage, ob man dann zwei Tannen haben kann für sein Zwei-Telefon. Ja, in Form für seine vier Telefon. Ja, und mein Lauf-Telefon. Und sie haben eine Hotline. Also ich bin mir schon viel. Aber das ist wirklich der größte Wartel. Ich habe gehört, dass diese Corona-App 5G verursacht. Das ist ein langes Rascheln im Skript. So, Moment, ich muss da mal nachschauen. Ich habe fünf Telefone. Die rufen aber ihre Hotline an für gerade. Das war auch eine Frage von einem Hörer. Der hat offensichtlich kein Smartphone, aber ein iPad. Und er wollte die App auf dem iPad installieren und sagt, das iPad geht nicht. Meine Ma ruft an, hier, wo finde ich die App im App Store? Wo bist du auf dem iPad? Ja. Und die ist vor allem auf dem iPad drin. Die war in den Storys groß beworben auf dem iPad und alles. Also es hat nochmal doppelt umgehört, aber du konntest sie natürlich nicht installieren. Naja, aber ich nehme es an, die Antwort, wieso das so ist, ist, dass Leute eben nur ein Gerät benutzen sollen und mehr Leute haben wahrscheinlich ein Smartphone als ein Tablet, wo das drauf laufen würde. Und die wollen eben nicht diesen Fall erzeugen, dass du bei der Hotline anrufst, sag ich, ich brauche jetzt noch ein Key für mein iPad. und dann trägst du es in das Telefon von deinem Postboten ein und solche Sachen. Das ist dann Quatsch. Und die Frage war auch so, wieso, wie haben sie das auf dieses Gerät geblockt? Am iOS Store zumindest ist es ja so, dass du nicht nach Geräten filterst, sondern nach den Fähigkeiten von Geräten. Das heißt, der Entwickler gibt an, wenn das eine Selfie-App ist, ich brauche eine Frontkamera. Und dadurch schließt sich dann der iPod ohne Frontkamera aus. Oder du sagst, ich brauche einen LiDAR-Sensor. Und diese App, diese Corona-Warn-App, die hat jetzt eben zwei Fähigkeiten, die gefordert werden, nämlich einmal Bluetooth und einmal ist ein Telefoniegerät. Und damit werden iPods und iPads ausgeschlossen. Das hat damit nichts zu tun, dass das Ding telefonieren müsste, sondern damit filterst du halt nach iPhone. Naja, also ich habe es gerade aufgerufen, da steht halt, für diese App werden bestimmte Funktionen benötigt, die auf diesem Gerät nicht verfügbar sind. Ja, du hattest zwar eine rhetorische Frage, aber du hattest die Antwort schon. Ich meine, hinzukommt, und das sage ich nur so aus dem Bauch raus, aber das iPad hat ja auch keine Health-App. Entsprechend auch keine, ich weiß nicht, wo es sich dann hin installieren würde überhaupt. Weiß ich, die Privacy-Health-Einstellung und ohne Health-App. Ja, das ist richtig. Die lebt in Privacy-Bluetooth, lebt die zusätzlich, glaube ich. Ja? Mhm. Auf dem iPhone auch? Mhm. Okay, okay, das ist interessant. Ja, jedenfalls keine Health-App auf dem iPad, was man... Ja, und halt natürlich auch auf der Apple Watch nicht. Also ich meine, da ist natürlich das gleiche Problem wie mit Bastis Lauf-Telefon. Hast recht. Und wenn du laufen gehst und halt nur mit deiner Uhr laufen gehst und mit der Apple Watch laufen gehst, dann ist natürlich dasselbe Problem. Also die trackt halt natürlich einfach gar nicht. Und auf der anderen Seite musst du halt sagen, das Risiko beim Laufen gehen ist sehr gering, wenn du nicht durch Zufall in den Gottesdienst läufst, in denen 200 Leute in einem winzigen Saal laut singen. Oder wie machen wir das denn sonst? Oder Ischgl. Oder in den Schlachthof oder in irgendeine Partybude. Also ich meine, come on. Immer, das ist immer hier erst mal ins Kitzloch, dann durch den Schlachthof und am Schluss biete ich dann das für die Tiere. Ja. Genau. Weiß ich nicht, wenn du das immer machst. Ich meine, wie sind denn jetzt zur Zeit, die Umsätze von Tinder, leiden die nicht auch sehr? Nee, nee. Tinder habe ich das Interview gehört. Ja. Geht durch die Decke. Ja. Tinder, jetzt machen sie ganz neue Videochat-Dating-Möglichkeiten und so weiter. Das habe ich auch gehört. Das ist ein Hit-Moment. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, das ist auch nicht so unreal. Ja. Leute denken, die Welt endet, schnell Tinder auf. Also das ist, ich glaube, das ist völlig nachvollziehbar. Ja, oder? Alle haben auch schon Tinder installiert. Welt endet. Whatever. Zu viel von mir enthüllt gerade. Nee, aber der war im Interview letztens, denke ich, der CEO oder so. Ja, ja, das war recht interessant. Das ist so lustig, weil die meisten Interviews, die du im Moment irgendwie mit Geschäftsführern, irgendwie Inhabern oder so führst, so, ja, das ist schwierig. Und so der Tinder-Shirt war so toll. Super eigentlich. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon alles schade und so. Und aber, aber ziemlich gut. Er war so, uh, weißt du, was ist gut? Ja, es gibt, glaube ich, es gibt schon ein paar Dinge, die jetzt schon arg explodiert sind. Nicht nur Zoom. Also, das ist klar. Irgendwo. Irgendwas müssen die Leute ja machen. Da gehen sie halt schnachseln. Ja, ja. Ja, du musst ja nicht schnachseln gehen, aber tindern wenigstens. Also, halt die Vorstufe des Schnachsels, wenn dann wieder geschnachselt werden kann. Ja, genau. Da hast du dich halt schon mal ausgetindert bis dahin. Du meinst, du musst schon mal so eine Queue irgendwie von möglichen Kandidaten. Ja, ja. Und die integrieren ja jetzt dann eben diese Video-Chat-Funktion. Die haben ja erzählt, das war auch bei diesem Interview mit The World, und dass sie irgendwie, da schaut praktisch, dein Tinder-Video, dein Tinder-Video-Chat wird von einer AI mitgeschaut. Und wenn die irgendwie denkt, oh, da passiert irgendwas, was nicht koscher ist, dann schreitet die ein. Das ist schon großartig. Ich weiß nicht genau, was diese AI dann genau macht. Also, wir werden sicher noch lustige Geschichten dazu hören. Die rollen ja offensichtlich die Funktion jetzt erst aus. Ich weiß nicht genau, ist die schon drin? Keine Ahnung. Ja, der war total vage auch so. Wir überlegen uns noch so, dass nicht zuschauen und so. Ja, aber die AI ist schon irgendwie da und schaut sich halt dein Tinder-Date an. AI. Also, ich weiß nicht, ob die dann mit irgendwie so Hautfetzen rauskommen oder irgendwie die Menge an Fleisch-Elementen auf dem Bildschirm zunehmen und dann irgendwie so, no, no, no. Das ist ein großer Zeigefinger. Ja, komm, ich weiß nicht genau. So ein Song kommt an so ein Song. Also, ich würde sehr gerne wissen, was die da, was diese, was da genau so ist. Jetzt schauen wir mal bitte nochmal kurz unseren Slack-Channel kurz vor der Sendung an und in jedem Moment hätte die AI sofort zugeschlagen, weil irgendwer ein paar Wiener gepostet hat. Ja. Ja, weißt du, dann so, wir treffen uns romantisch zum Essen, zack, bumm, der, ja, Kartoffelsalotte mit Wiener und dann, bam, AI und Date zu Ende. Was ist denn das für ein romantisches Essen? Ja, aber das ist ich, das ist eine Vorstellung von Kartoffelsalat mit Wiener. Jetzt hat Basti zu viel. Nee, das ist ja ein sehr deutsches Date. Ich habe halt vor der Sendung noch was essen wollen. Ja, ja, ja. Das hat meine AI anders gesehen. Und dann habe ich halt, ich habe ein Glas gefunden mit abgelaufenen Wienern Was soll man nicht essen? Die meisten, besonders die. Und die waren halt von Halloween, das waren Halloweener. Das ist einfach so lustig. Das muss ich, also, wenn sich das nicht noch rächt. Timo, wirst du schon zweimal, die sind nur weg. Ja, ich, das sind die abgelaufenen. Abgelaufenen wieder. Allein die aufzumachen. Das waren Halloweener, weil da waren Kürbisse auf den Würstchen. Es ist wirklich, wirklich ahersträubend. Ei, ei, ei. War noch gut. Gut. Um. Um, ehem.